Hallihallo Hallöle und Willkommen zurück zum Let's Play von Omzi2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf Landkreis Lano Version 2 und das Ganze mit dem S3 19NF. Und so aus einem ganz beschubbten Grund, ich fand das Repaint einfach mega. Genau, das gibt es einmal für den Bus, für den 3 19 und das passt halt wunderschön, hat natürlich auf die 541, die wir jetzt zumindest mal zum Teil tatsächlich fahren, allerdings als Schulbus. Aber ich fand das, also dieses linien-spezifische Design, fand ich einfach ideentechnisch auch hier mit dem Rost und sowas, ich bin hyped und ich musste das unbedingt fahren, deswegen gibt es das heute einmal. Und auf der Schulbuslinie, so ein Bereich, den wir bisher so ein bisschen noch unterrepräsentiert, war, genau, hinten ist auch schon immer sich, glaube ich, ausgetauscht. Da hat schon jemand mal ein bisschen die Seite geknutscht. Ich hoffe, das wird heute nicht noch mehr, weil dann bin ich wohl selber dran schuld. So, genau, fahren wir mal langsam mal hoch den Karren. Natürlich noch mit offizieller Logo-Mod und mit der, ja, Sichtengedöns-, was auch immer, Modifikation. Genau, genau, Innenraum haben wir diese Sitze. Ja, jetzt auch hier drinnen zieht sich das ein bisschen durch. Man zieht sich dann hier auf die Werbung natürlich dann in drei Türen, weil wir halt eben der 19er sind. Das ist ja ganz logisch soweit. So, ähm, was nun? Wir haben noch ein bisschen Fenster, glaube ich. Bisschen frische Luft für uns. Sonst sind die Kasse dann übermorgen vielleicht auch mal fertig. Pfeile brauchen wir schon mal. Das können wir alles schon mal machen, bis dann immer mal die... Das gäst schon alles. Genau, das steht dann irgendwie automatisch, wenn man das mit Servicetelefon hat. Sondern auch nicht machen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Licht, damit wir auch besser, ja, ne, Das soll frühmorgens sehen und gesehen werden. Ja, machen wir hin, ne, jetzt hier. 4321 ist der Code. Man kennt's. Ich kann da schon mal aufmachen. Vielleicht interessiert das immer jemanden. Wir fahren noch auf dem Umlauf mit den ganzen Werks- und Schulbusverkehren. Das heißt, vielleicht ist der... äh, Bus auch gar nicht so verkehrt. Hoffe ich einfach mal. So Start. Komm, Fahrkarten, die sollte man vielleicht eh nicht verkaufen. Wir sind als Schulbus, aber na, gucken wir mal. So, diese von Daten anmelden muss ich mich ja trotzdem mitwarten. Sie einen Moment. Ihre Systemkarte wird gelesen. 43321 und Enter. So, wir sind die, äh, vier ... Ich kann ja weil bloß nicht auf den Bus gucken, ne. 451 und immer mal so um achten wir vielleicht. churches vielleicht würde schon passen Äh, Elnabahnhof nach Deltisch Grundschule. Wunderbar. Achso, Tür war schon offen. Ja, soll jemand mit? Ich wiederhole. Ich will jemand mit. Achso, wir müssen auch noch ganz kurz natürlich den Schulbus-Mode aktivieren und dann, wenn keiner mitmöchte hier vom Bahnhof, dann ist das vielleicht eben nur so ein Pause-Einsatzpunkt oder so. Wenn die Schüler kommen, die jetzt in der Grundschule pendeln, das ist eigentlich auch nicht mit dem, äh, stimmt halt schon, pendeln, das ist eigentlich auch nicht mit dem Zug. Josch, aber ich damals in der Grundschule, ich bin auch noch drei Milliarden Kilometer durch den Fluss geschwommen und hab, ja, genau. Ich hatte einen Schulweg, da war Zug, ist da ein Witz dagegen. Ja, ähm, es ist doch eher selten, weil es überregional, aber ja, bestimmt, aber bei mir ist das so, ne, bei mir ist das ganz normal. So, was ist da, aua, an, an, an den Hof, da sehe ich da nichts, von daher wird das schon passen. Ich sieh auch schon wieder, ich hab mir auch nicht viel drüber nachgedacht, dass Lanau und ein 15-Meter-Bus vielleicht auch irgendwie so kombinationstechnisch nicht die allerbeste Option ist. Boah, es ist halt immer eine wilde Angelegenheit, ei, ei, ei. Kommst halt immer, so, das ist nicht frei, du kommst halt nie wirklich wo-wo raus und dann kommen da Autos und dann macht's Krabusch, so. Ziehen wir einfach mal ein bisschen schneller, wir haben ja gerade noch keine Fahrgäste. Ich hoffe, das ändert sich auch noch, ne, dass wir hier irgendwie irgendwo hinfahren, wo vielleicht gar keine Fahrgäste mitwollen, aber ja, ich geh mal davon aus, das wird schon irgendwie, das wird schon irgendwie gut gehen. So. Okay, ich glaub, das ist immer ein bisschen schlecht. Ja, die 15 Meter da hinten, ne, das machen wir mal nicht. Das ist ein bisschen weit weg vom Dashboard. So, ja, machen wir hier. Ach ja, die Bäume da. Wir werden auch ein paar Schulbushalten halten, das ist eigentlich auch ganz spannend. Guck mal, da wächst Mais, da wächst irgendwie grüner als dieses ja hier, das ist ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Vielleicht hat's an dem Jahr hier hingehen besser geregnet. So. An den Hof. Wo fahren wir denn heute hin? Ja, wir fahren an den Hof. Finde ich fantastisch. So, hier dürfen wir 60. Wenn er denn die Schlaglöcher zulassen, dann bin ich mir irgendwie, muss ich sagen, bin ich mir mit mir selber da noch nicht ganz so im Reinen. Ne, machen wir mal den hier. Ist da schon ein bisschen ein etwas betagteres gefährt. Wir wollen es ja nicht überschrapazieren. Ich meine, akustisch macht er sich eindeutig bemerkbar, dass wir da vielleicht besser unter Umständen irgendwie da nicht weiter drauf eingehen sollen. Ah, ja klar, Schulbus. Ja, Omi, ne? Ja, man kennt's, ne? Weiß er. Omi bringt ihr schon ihr Enkeli oder so zur Grundschule. Weiß ich auch nicht. Schönen guten Tag. Reingestehen, die Dame. Hallo. Ach, wir warten mal ganz kurz. Sind ja mal freundlich. Setzen Sie sich, die Dame. Danke sehr. Es ist wirklich witzig, wenn sie sich mal hingestellt hätten. Das ist doch nächster Halter. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Lahntal im Tal. Okay. Müssen wir mal ein bisschen aufmerksam sein, weil wir durchaus immer verschiedene Linienführungen haben hier auf der Map. Das ist immer nicht ganz so einfach. Ehrlich gesagt, ich gestehe, sagt man gar nichts hier, ne? Mhm, mhm. Ja, schau mal, du warst da schon mal bei Folge. Ja, zum Glück fahre ich auch sonst nie wirklich viele Karten. Also, es kam mir auf den ersten Blick gar nicht bekannt vor. Deswegen haben wir gesagt, jo, machen wir das ja mal ein bisschen nachforschung. Natürlich schon angestellt. Was wir denn da schon gefahren sind und was nicht. So. Ja, vielleicht ein bisschen gemütlicher. Oh, wir müssen hier wenden. Oh. Hätte ich immer so anders ranfahren müssen. Ich mach das nicht mehr mit dem Außenfahren. Ach, ihr hättet auch irgendwie... Ach, könnt ihr nicht irgendwie anders einsteigen, dass ihr... Ihr wollt doch mit jetzt, oder nicht? Danke. So, muss ich jetzt hier nach links, oder muss ich... Okay, das sagt mir, wenn wir da müssen was. Ja gut, dann muss mir der Zuweg auch was sagen. Also, wir müssen nicht wenden, sondern nur nach links. Okay. Das ist mit einem 15-Meter-Geschoss... Vielleicht trotzdem... Das Spiegel ist ja nicht schlimm. Warum krieg ich das da verkraftet? Nein, ich hab mal der Spiegel. 10 von 10. So. Wir haben ja noch eine dritte gelenkte Achse. Das heißt, genau, eigentlich ist das ja gar nicht so derbe gemein. Ich mag das Repaint einfach. Ich find das... Ich find das schön. So nicht aufsetzen und dann einfach hier hoch. Entschuldigung, ist halt die Stelle. Okay. Lade halt Schubus. Sie hat einfach Schubus halt die Stelle. Ja, moin. Ähm... Dann werden wir das doch einmal hier irgendwie... tun. So. Einen schönen guten Tag, Kollege. Ah, was auch? Die 451. Lando Gesamtschule. Okay. Das hat jetzt jemand gedrückt. Ne, oder? Jetzt darf doch hier keiner aussteigen. Das ist doch ein Schulbus. Ich wollt schon sagen. Wenn er keine Äste mitmöchte, dann fahren wir weiter. Hat heute wohl zur... Wobei es ist eben das mit 8 Uhr. Hat heute wohl zur ersten Stunde gehabt. Hörspuren, das hat die Grundschule aber immer um... Ja, zum Glück ist das alles auch nicht Ländersache, ne? Das ist... Dass es da einmal zweiseitende Medaille gibt. Äh... Ja. Davon muss man ausgehen, eigentlich. Was? Grunewald? Irgendwas mit... Irgendwas Siedlung. Okay. Also, falls mich ein Hilfspfeil danach fragt, ob ich da hin möchte. Also, das muss man sich vielleicht um die jetzt Dialog vorstellen. So, dass ein Hilfspfeil, der... fragt mich dann, wo ich hin möchte. Oder ist das nicht hier andersrum? Hm. Wieherum ist das eigentlich? Fragt mich der Hilfspfeil, wo ich hin möchte? Oder frag ich den Hilfspfeil, wo ich hin muss? Ja, eigentlich läuft das doch so. Man schaut sich... Ich weiß, das ist ein ganz weirdes Gedankenexperiment. Eigentlich ist es dann so, man schaut sich ja die Karte an, oder man spielt ja um sie. Man schaut auf den Bildschirm und man fragt dann ja quasi das Spiel, wo muss ich hin? Wo muss ich hin abbiegen? Man fragt einen das Spiel, also die Augen fragen dann ja quasi zurück, ja, wo musst du denn hin? Und dann muss man ja antworten, welches Ziel man hat, beziehungsweise welche Linie man fährt. Und deswegen... Das ist eine sehr komplexe Situation hier, merke ich gerade. Das ist ganz wild. Die Kommunikation, also die innerkörperliche Kommunikation beim Herausfinden, von wo man hin muss, das ist eine ganz spezielle Angelegenheit. Oh, das ist jetzt schlecht. Du, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich will sofort aussteigen. Ja, darf man da nicht durch, kann du das? da wäre ich jetzt da, also da wäre ich nicht drauf gekommen, da vielleicht kein Platz ist. Wie kann man da... Macht der jetzt wirklich hier einen auf? Oh, nee. Weil der sich so komisch rumbombelt, ist es die Frameware jetzt so schlecht. Ja, 10 von 10. Gerne wieder. Ich, äh... Danke, du fliehst ab. Ja, das ist ja schön, Omsidu, dass man, wenn man einen Unfall baut, dass man quasi einen Fehler produziert. Das ist schön. Also, das ist... Ja, das ist... Ja, diese Ombeldoppelsiedlung, da müssen wir ja hin. ich bleib dann gleich mal stehen und dann machen wir einfach mal den... Wie weit ist das noch? Sehr weit. Ja, gut, dann machen wir. Was hilft denn nächstes? Wir machen einmal den... Polizeiruf. Gibt's dann ja auch noch so eine komische Serie. Neun Minuten, ja, heute. Bisschen zu spät zur Schule. Oh, guck mal, auf einmal läuft das wieder, ne? Dass das aber auch ein Fehler sein muss, dass man einen Unfall baut. Gut, das war natürlich schon... Das ist ein Fehler, basically. Ähm, aber... Dass man natürlich halt intern wirklich einen Fehler produziert, der dann dazu führt, dass... Ja, Fehler auftreten... Finde ich halt eine wilde Sache. So. Danach müssen wir zum Warbach-Buswendeplatz. Okay, okay, okay. Ne, bitte nicht. Oh, ich wollte die Kurzform von OK benutzen. Puh. Ich... Ganz, ganz großes... Ich distanziere mich, aber... Sowas von... Uiuiui. Das war jetzt nicht beabsichtigt, da will jemand aussteigen. Wahrscheinlich wegen dem Unfall, ne? Ja, aber eigentlich bin ich bestimmt verpflichtet, euch im Bus zu lassen, wegen... Ihr müsst ja zur Schule, ne? Deswegen darf ich euch jetzt nicht aussteigen lassen. Ich bin Schulbusfahrer, ne? Ich darf da jetzt... Ich darf gerne Faxen machen. Ich... Ist das Freiheitsberaubung? Ist das... Ist das hier nicht Freiheitsberaubung? So, hier müssen wir nirgendwo abbiegen, ne? Wenn da nichts steht. Kindergarten... Ne, wir sind ja im Schulbus. So. Ja, gut, da queued sich ein bisschen was, aber... In Q&A... Das wird schon passen. Ne, es ist nur... Nur, nur Eingang only und alle steigen an der Endhaltestelle aus. Wir sind ja... Sind ja im Schulbusfahrt... Josch, aber die Linien sind im Fahrplan mit Linienfahrt drin und nicht mit Schulbus. Wir haben ja auch dedizierte Schulbus-Haltestellen. Also eigentlich müssen wir doch dann schon mit diesem Schulbus-Symbol fahren und dann... diesen Schulbus-Charakter wahren. Gut, ich sag mal, dass jetzt Kinder eigenmächtig entscheiden... Okay, so kittlich sehen unsere Fahrgäste das auch nicht aus, aber dass Kinder so eigenmächtig entscheiden, nur weil der Busfahrerunfall gebaut hat, dass sie gerne früher aussteigen würden, ist, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt das realistischste Szenario. Josch, lass mal sprechen, bitte. So, Buswendeplatz. Das klingt gut. Henschelwerk. Qualität von Henschel. So, das hier sagt man über Wasserbuswendeplatz. So, immer hier hoch und ich kann es so zügig, weil aufsetzen könnte ein Thema sein. Da ist frei. Wäre auch, glaube ich, problematisch, wenn da was gekommen wäre, dann wäre wohl irgendwie... Das wäre halt... Wäre halt... Irgendwie wäre halt... Ja, dann wäre gewesen, dass da was gewesen wäre, was dazu führt, dass wir vielleicht nochmal umgefahren werden. So, das hier kriegen wir vermieden. Einmal frei. Dass der da so blöd parkt, weiß ich jetzt nicht, wobei, dahin schwenken wir ja gar nicht aus. So, schwenken wir ja... So. So, Wendekreis, 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 Wendekreis. Ja, gar kein Problem. Und Sie möchten mit? Willen Sie wirklich mit? So, jetzt aber. Schönen guten Tag. Hallo. So, zack, haben wir hier geguckt. Wir haben ein bisschen Verspätung. Lachen sich dann die... Wahrscheinlich machen sich die Lehrer in der Schule Sorgen, wobei, gefühlt sind, dass fahre ich ja gerade nur Lehrer durch die Gegend. Hat Lana überhaupt... Überhaupt... Also, sind es überhaupt Kinderfahrgäste? Oder ist das hier... War kein... Ah, ja, ja, stopp, stopp, stopp. Wenn du einfach wartest, dann kommen wir dran vorbei. Wenn du fährst, nicht. Nee, stopp, stopp, stopp. Da habe ich jetzt nichts falsch gemacht. Der Bus ist jetzt ausgegangen. Für welchen Grund auch immer. Wahrscheinlich sind wir hier hinten aufgesetzt, oder? Eine Tatsache. Ja, okay, das ist doch ganz... nicht ganz sinnlos, aber, ja, wir sind aufgesetzt. Ach, Mann. Der Bus ist jetzt kaputt. Jetzt ist er nicht mehr kaputt. So, wir müssen zum Henschelwerk. Nee. Auf Feuerwehr hier lang. Okay. Ich dachte schon, ich habe jetzt recht einen Zaun mitgenommen oder so, aber das war dann wohl so zum Henschelwerk, müssen wir nicht. So. Das ist jetzt schlecht. Kannst du das bitte einfach nicht machen? Kannst du einfach... Wie stellst du dir das jetzt vor? Also mal, ich frage ja nur, ne, wie, wie jetzt mal ganz, mal ganz blöd gefragt, wie stellt er sich das jetzt vor? Kann man hier wenden? Mir kann hier wenden. Dann fahre ich einfach links rum. dann haben wir vielleicht die Laterne, die da ist, aber, nee, das können wir hin. Gut. Das funktioniert doch nicht. Also, wie, das ist einfach, es ist unmöglich. Ihr dürft gar nicht weg, das wisst ihr. Ich fahre hier gar nicht lang. Ihr wisst gar nicht, dass ich überhaupt existiere. So. Einmal über das Danke. Ich hole mir noch kurz ne Bockwurst. So. Ei, ei, ei. Ja, passt. Easy Snack. So. Kurz irgendeinen Snack hier holen. So. Das ist ein Auto. Das möchte da durch. Das hat Vorfahrt. Das will aber die Vorfahrt nicht haben. Deswegen nehme ich mir sie. Easy. Das ist Henschelwerk. So. Das müssen wir nach. Alles andere. Herzbach. Aber, warte mal kurz. Steht da wirklich, ich muss es nochmal lesen. Da steht nur Henschelwerk. Alles, alles andere. Also hier ist nur das Henschelwerk. Nur. Nur, nur für mich jetzt selber. Das ist nur das Henschelwerk. Keine andere Haltestelle. Ich fahre jetzt richtig, wenn ich nach rechts fahre. Aber es ist ja nichts anderes dort, oder? So, ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Äh, wie heißt das nächste Caf? Herzbach Feuerwehr. Ähm, geht es hier vielleicht nach Herzbach? Hier geht es wirklich nach Herzbach. Hm. Ja, hm. Ja, dass ich da nochmal geguckt habe. Jetzt muss ich ja nochmal wenden. Ich hätte wirklich nach links müssen. Die Pfeile ist ja voll der Bait. Äh, ich glaube, ich bin hier schon mal falsch gefahren. Hm. Rückwärtsfahren im Liniendienst mit Josh. Bip. Bip. Ich fahre mal auf der Spur, ne? Da fahre ich quasi richtig rum, also. Wenn ich auf der Spur fahre, fahre ich in die richtige Richtung. So, da fahre ich ja eigentlich nicht rückwärts, sondern ich fahre eigentlich richtig. Rückwärtsfahren mit Josh. So, wir überlegen uns, wie wir da jetzt, wir fahren da einfach rückwärts rein. So, am besten so, dass wir hier nirgendwo gegenfahren. Gegenfahren. Oh, das ist ein bisschen spät. Ahaha, das ist schlecht. Bei Bäume darf man ja durchfahren, ne? Ist aber um sie. So. Rückwärtsfahren mit Josh. Unfälle produzieren mit KI-Autos. Komm mal da rum? Nee, komm mal nicht. Ich steh auf deinem Pfad. Ich steh auf deinem Pfad. Stopp. So, halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Halt, stopp. So, ich fahre da jetzt raus und dann eventuell haben wir uns gegebenenfalls unter Umständen an dem, an irgendwelchen Objekten jetzt ist auch der rechte hintere Teil vom Bus irgendwie zerschrammt. Gut. Der linke wurde schon reduziert, aber ich fühle mich eindeutig gemobbt für den Hilfsfall, möchte ich angemerken. Ey, der hilft wirklich nicht mit. Das tut mir echt leid. Auch jetzt beim zweiten Mal. Das ist wohl der Bait. Ähm. Hm. Oh, das ist eine Oh, Baustellung. Ich dachte, der fährt, der bremst einfach nur. hört. Ja, das ist natürlich jetzt, müssen wir jetzt, müssen wir jetzt, müssen wir, das ist natürlich irgendwie Herzbach und dann Dilsch. Hm. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt. also schon. Weidenkopf. Pracht. Ich hab keine Ahnung. Dabei hab ich doch, ich hab da, oder hab ich jetzt was falsch gemacht? Ja, also bis auf rückwärts fahren und, 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 und Sachen umfahren und das Heck hinten vom Bus ein bisschen kaputt machen. Also, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Das steht außer Frage. Aber, hm, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht schlussendlich beantworten. Das ist wohl, das ist wohl jetzt halt so eine, ne, wo man halt einfach auch mal weiterfahren muss jetzt. Komm, zieh. Jetzt hab ich schon wieder für eine, weiß nicht, für eine 15-Minute-Liehe wieder ewig unterwegs. Weil die seht das doch schon wieder. Weiß nicht, auf der Karte ist das auch irgendwie immer so ein, oh, Lütz, 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 Lützer Feld. Fahren wir doch aber auch, oder nicht? Ja, aber erst Herzbach und dann Lütz, Lütz, Lützzer Feld. Und dann Lütz, 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 Herzbach. Hab ich schon mal geäußert, dass ich mich irgendwie veräppelt fühle? Werden wir, wenn wir rechts rumgefahren wären an dieser Buswendestelle, werden wir auch nach Herzbach kommen? Bin ich jetzt in Wirklichkeit eigentlich falsch gefahren? Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Hör schau mal damit auf, das nervt voll. Äh. Herzbach Feuerwehr, du, das ist ein Thema. So. Dann wenden wir wahrscheinlich. Oh, das ist wieder so ein LDP-Nöbel, der sieht so aus, als ob ich den mitnehmen könnte mit meinem, habe ich heute schon mal 19-Meter-Bus gesagt, weil Z3 die S319 nennt irgendjemand? Ne, okay. Manchmal fühle ich mich da ein bisschen veräppelt, oder wie ich auch den 315, aber immer 15-Meter-Bus nenne, das kann da passieren. Ich glaube, wer hätte auch rechts rumfahren können, wir haben auch hier langgekommen. Vielleicht hätte man dann einmal weniger wenden müssen. Ich hätte sogar zweimal weniger wenden müssen. Jetzt kommt es darauf an, auf welcher Seite von der Haltestelle die Leute uns entgegenkommen. Wenn ich jetzt die Links mitwollen, dann bin ich aber falsch gefahren. Ihr seht aber so unbeeindruckt aus. Jetzt gibt es uns aber keine Haltestelle, Feuerwehr. Alles andere wäre doch richtig gewesen. Ach, nee, wenden. Okay, es war doch richtig. Oh, je, je, habe ich schon mal gesagt, dass sie mich irgendwie heute so ein ganz kleines bisschen gemobbt fühle von der Karte, so minimal. Das ist kaum, kaum merklich. Wild auf jeden Fall, so. Warte mal, das möchte ich jetzt aber irgendwie gerne visuell, äh, visuell einfangen. Das ist nämlich irgendwie hübsch, so. Ich mag diese Debatte nämlich schon ganz gern, So, der Baum ist auch 10 von 10, äh, man sieht nichts. Gut. So, dann habe ich aber einen Tipp gelernt, wie ich die Haltestelle vielleicht zurückgeschaltet kriege. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Wenn er das nicht gleich automatisch tut, dann werde ich das gleich mal manuell probieren. Ach, wenn ich in der richtigen Richtung unterwegs bin, wollt ihr doch mit. Das war, okay. Also wird auch richtig gefahren. So, ähm, nee, ihr dürft nicht raus. Wir machen mal, ach, dass wir was draufdrücken, das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Wir wären doch am Händschel, wir, irgendwie ist das ein bisschen buggy, oder? Wir hätten doch aber das Händschel, sag nicht, der hat einfach nur schon die, wir hätten auch wieder die, ich habe die an den Händschelwerken umsonst gemobbt. Die hätten mit dürfen. Der hat die Haltestelle ja nur schon weitergeschaltet, weil wir ja, ach, ich bin doch auch einfach doof. Okay, ich habe doch, also ich habe jetzt so oft getoggelt zwischen ich bin schuld und ich bin nicht schuld. Ich glaube, das schlussendliche Resultat ist, Josh ist schuld. Die Haltestelle wurde halt auch oben ja in der Schrift, also auch um die Internation, noch mal extra weitergeschaltet, weil wir ja schon mal näher an der Haltestelle dran waren, nämlich an der Wendeschleife. Waren wir halt näher an den Händschelwerken dran, als wir es dann später waren. Ja, okay, ich habe es halt verkackt. Gut, dann hätte ich halt irgendwie anders gucken müssen. So, das hier wird der Tod. Ich habe Angst. Nein, du biegst jetzt nicht rechts ab. Du bist doch ein derber Säcke. Und von euch biegt doch auch bitte einfach keiner ab. Einfach, und in dem Fall sehe ich nichts. Hilfe. Ich verstehe diese Karte nicht. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht einfach fahren kann, ohne dass man 20 Unfälle mindestens baut. Ich bin einfach inkompetent. Ich kann es einfach nicht. Ich kriege es einfach... Ich bekomme es auf diese... Ich bekomme es einfach nicht hin. Und da gang es irgendwie raus. Ach nee, der Motor ist kaputt. Ist ja wirklich kaputt, der Bus. Ups. Da haben wir ja wirklich irreparabel Dinge kaputt gemacht. Eieiei. Motorkontrollenleuchte. Ist aber wieder aus. Gut. Ey, also ich muss... Ich... 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 Jedes Mal denke ich mir auch, ja, so schön hier, so ein bisschen ländlich, auch so richtig schön gemütlich und fährst du da irgendwie mit einem 15-Meter-Bus lang und selbst mit einem 12-Meter-Shuttle-Bus und mit einem Auto. stirbt man einfach an jeder Kreuzung 20 Tode. Es ist doch einfach so. So. Hier sagt man das aus der Gegenrichtung was, oder? Ich bin mir unsicher. Ja, ihr müsst alle... Ihr seid schon, was... Fahrgäste. Ich glaube, es kann sein, dass wir heute mindestens 20 Fehler begangen haben in der Folge. Sprachfehler nicht mitgerechnet. Bildschirgendwann-Straße, Talstraße. Okay. Dann fahren wir einmal hier rum und wir dürfen 80 fahren. Was ich glaube, dass keine gute Idee ist, wenn wir das hier täten. Achso, wir dürfen auch nur ganz kurz 80 fahren. Das ist natürlich dann... Oh. So, du wartest. Joshua Kurven... Ach, du bist... Du bist auch ein... Lässt dir auch mal eine Joshua-Kurven-Fahrt-Technik einfach irgendwie... Der lässt dir auch einfach nicht zu. Ach, ein Unfall. Wir hatten ja wohl einen Unfall an dieser Kreuzung. Ist ja wohl passiert, wie die Tomaten. Ja. Was mich daran erinnert, was ich heute noch esse. Ja. Das steht wohl noch in den Sternen. So. Äh. Wollen wir mal. Der ist frei. Ja, ihr habt euch da vielleicht schon mal ein bisschen aufgereiht. Ich meine, ihr wollt ja auch ziemlich zur Schule. Das kann ich ja nachvollziehen. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal sind ja auch Dinge passiert, die den Ablauf irgendwie ein bisschen verzögert haben. Was vielleicht in Verspätung resultiert. Kasse, bitte. Danke. 19 Minuten. Ja. Okay. Okay. Let's go. So ein Teil kam durch Josch fährt einfach langsamer und macht Unfälle und dreht 100 Mal rum. Und ich glaube, in 9 Minuten war diese Reparatur. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich 10 Minuten quasi wirklich selber länger gebraucht habe. Und nur diese 9 Minuten durch das Unfall, Abschlepp, Gedöns, Polizei rufen halt. Ja. Also ich bin auf jeden Fall heute sehr stolz auf meine Leistung gehabt. Da kann man auch stolz drauf sein. Das ist einfach einfach genießenswert hier. das hier ist jetzt die Zlüberfeld. Ne, das ist Digitalstraße. Ja, da fangen wir mal weiter. So, jetzt haben wir noch Dilsch gleich Grundschule kommen, oder? Jetzt seid ihr ja fast pünktlich zur darauffolgenden Stunde da. Das war fantastisch. Tankstelle. Ja, fangen wir mal kurz hier mit Gott seiner Danke. So, Dilsch Grundschule. 10 von 10. Ja, jo, jo, wahrscheinlich. Natürlich. Was haben wir uns noch wünsche? Ist das ja... Warte mal. Ey, sie dürften da mal bitte mal... Ach nee, da war mal über das. Okay. Jetzt hätte ich die Damen mal ganz nett gebeten, aber ganz kurz. Hier sagt man, woher da was. Da haben wir schon mal gewiesen. Boah, das ist ja... Ey, das ist hier... Warum? Warum? Warum tue ich mir das eigentlich an? So, muss ich jetzt hier links oder geradeaus? Ortsmitte Freibad. Ja, aber das ist doch der Fall, dass ich hier links muss. Das ist doch schmerzhaft. Bereitet mir doch nicht solche Schmerzen. Warum wollt ihr mit? Ihr dürft nicht mitwollen. Aber hier fahre ich doch irgendwas um. Hier kommst du doch nicht... Wie lasse ich euch jetzt eigentlich aussteigen? An der ersten Tür. Ja, aber... Was hat der denn schon wieder umgeschildert? Ich bin doch in Dilsch. Der Grundschule Ankunft. Ihr dürft doch gar nicht mehr mit. Ich lasse euch jetzt hier aussteigen. Also, da ich euch nicht an der ersten Tür rauslassen kann, müsst ihr wohl irgendwie um das Gitter rum. Und die Vorderung mache ich nicht auf. Rein dürft ihr nicht. Ich verstehe nicht. wir sind auf jeden Fall hier. Das wäre richtig. So, der Verkehr würde so weitergehen, indem wir nach Dexthof Europaschule fahren. Okay, 9.40 Uhr. Das ist so gut ein bisschen Zeit, aber... Hey, wir sind in Dilsch. Warum wollt ihr... Ihr seid einfach... Ihr seid bewirte Fahrgäste. Ganz, ganz seltsame Menschen. Auch so menschlich gesehen. Ganz, ganz komisch. Okay, es gibt in Larnow Kinder. Ich habe das jetzt rausgefunden. Durch wissenschaftliche Studien. Was ich auch rausgefunden habe, ist, dass das Video in wenigen Sekunden endet. Da ist nur noch der Abspann kommt, indem ich euch bis zum hierher durchhalten beglückwünsche und sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.